Hallo zusammen, heute mit der Kickstarter-Vorschau für den Monat August. Und diesen Monat kommen wirklich etwas weniger Spiele. Im letzten Monat habe ich das ja auch schon gesagt. Und da meinten schon ein paar von euch, dass es ja doch schon noch ein paar Spiele waren, die im Juli zu Kickstarter gekommen sind. Aber im Vergleich zu den vorherigen Monaten war es dann schon ein bisschen ruhiger. Jetzt wird es noch ein bisschen ruhiger. Aber welche Spiele jetzt im August zu Kickstarter kommen, das verrate ich euch jetzt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Orbitar Victaris ist ein taktisches Science-Fiction-Fantasy-Kartenspiel, bei dem zwei oder vier Spiele auf einem gemeinsamen Schlachtfeld gegeneinander antreten werden. In Sleeping Gods, einem Kampagnen-Spiel, werdet ihr zu Captain Sophie Odessa und ihrer Crew, die 1929 auf ihrem Dampfschiff der Manticore in einer fremden Welt verloren gehen. Ihr müsst zusammenarbeiten, um zu überleben, exotische Inseln erkunden, neue Charaktere kennenlernen und die Toten der Götter finden, damit ihr nach Hause zurückkehren könnt. Am 6.8. startet Techlandia. In diesem Spiel trifft Silicon Valley auf Lovecraft. Und dies ist ein Spiel für ein bis vier Spieler und dauert ca. 60 bis 90 Minuten. Im Taxi-Derby fährt jeder Spieler ein einzigartiges Taxi und konkurriert darum, das meiste Geld zu verdienen, indem er so viele Passagiere wie möglich durch die Gegend fährt, sein Fahrzeug individuell gestaltet und sich seinen Ruhm als bester Taxifahrer der Stadt erarbeitet. In naher Zukunft wird sich die Unterhaltung verändern. Es wird zu großen Spektakeln kommen, bei denen digitale Krieger in einer Cyberspace-Arena in unblutigen Kämpfen gegeneinander antreten werden. Fired Up spielt in dieser futuristischen Welt und in diesem Spiel spielen die Spieler nicht die Kämpfer selber, sondern sie sind Zuschauer und sie versuchen, die digitalen Athleten in der Arena zu beeinflussen und auf ihre Champions zu wetten. Am 12.08. startet Cosmic Run Express. Dies ist ein Standalone-Minikartenspiel für ein bis zwei Spieler in Dr. Fins Cosmic Run Universum. After the Empire ist ein Worker-Placement- und Ressourcen-Management-Spiel, das im Mittelalter spielt. Während jeder Runde, die als Saison bezeichnet wird, verwenden die Spieler abwechselnd Arbeitermarker, um Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. das Sammeln von Ressourcen, dem Bau fortschrittlicher Gebäude und z.B. das Rekrutieren von Flüchtlingen. Sobald alle Arbeiter eingesetzt worden sind, ernten die Spieler Nahrung aus ihren umliegenden Ländern und bereiten sich dann auf den Kampf vor. Ebenfalls am 13.08. kommt es zu einem Relaunch von Shovel Knight. Und bei diesem Relaunch wird es neben der ursprünglichen Version, in der es Miniaturen gab, auch eine Version mit Standies geben. Queen Bee ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, bei dem du versuchst, deine Bienenkönigin zu schützen und die anderen Bienenkönigin zu stürzen. In einem Drei- bis Vier-Spieler-Spiel wirst du schnell angreifen wollen, denn wenn du die Bienenkönigin einer anderen Kolonie besiegst, werden ihre Bienen dir gegenüber loyal. Erweitere deine Armee, aber vergesse nicht, deine Königin zu beschützen. Das Spiel beinhaltet benutzerdefinierte Karten, um Würfel zu manipulieren, deine Gegner zu beeinflussen oder deine Stärke zu erhöhen. Das Spiel endet, wenn nur noch eine Bienenkönigin übrig ist. In Windward bist du ein Kapitän, der sein Schiff auf dem Himmel des Gasplaneten Celsus fliegt. Gewinne den größten Bekanntheitsgrad, indem du am Himmel segelst, Handel betreibst, Kämpfer jagst und Gegner bekämpfst. Wer am Ende des Spiels die meisten Bekanntheitspunkte hat, gewinnt. Sea Rovers ist ein Spiel voller Gier, Action und Abenteuer. Es spielt in der Karibik und im Nordatlantik während des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts und rekonstruiert die wahren Geschichten der Teuflichsten, Filibuster und Freibeuter, die jemals den spanischen Main durchstreift haben. In Tentakel Town ist jeder Spieler ein Abenteurer, der auf unbesiedeltem Land angekommen ist, um eine neue Stadt zu gründen. Aber das Wasser um ihr neues Zuhause herum ist von riesigen Tentakeln übersät. Ziel des Spiels ist es, der berühmteste Einwohner der Neustadt zu werden und zum ersten Bürgermeister ernannt zu werden. Spieler verdienen Ruhm, indem sie die Bürger der Stadt rekrutieren, um Aufgaben zu erledigen, neue Gebäude zu bauen und letztendlich Tentakeln zu jagen. Ende August oder vielleicht auch erst Anfang September erscheint Dawn of Madness, ein geschichtengesteuertes kooperatives Spiel für ein bis vier Spieler. Dawn of Madness liegt im selben Universum wie Deep Madness und ist ein völlig eigenständiges, einzigartiges und schreckliches Spielerlebnis. Während des Spiels werden die Spieler die Rolle von Wanderern übernehmen, die in einer fieberhaften Höllenlandschaft gefangen sind, umgeben von den verzerrten Echos ihrer eigenen Geschichte. Als einer dieser Wanderer müssen die Spieler versuchen herauszufinden, was sie in diese schreckliche Welt geführt hat. Die Spieler kämpfen hierbei um ihr Überleben, während sich ihre jeweiligen Geschichten im Laufe der Kampagne über mehrere Kapitel entfalten werden. Rise of the Necromancers ist ein Strategiespiel für zwei bis fünf Spieler, bei dem jeder Spieler einen Nekromanten kontrolliert, der um absolute Dominanz kämpft. Ziel des Spiels ist es, deinen Nekromanten zu entwickeln und die Kontrolle über das Land zu übernehmen. Jeder Spieler beginnt das Spiel als aufstrebender Nekromant, der Zaubersprüche studieren, Artefakte herstellen und schließlich an einer von vier Akademien angenommen werden möchte. Mit der Zeit kann dein Nekromant seinen eigenen Lehrling anziehen und eine untote Armee von Dienern aufstellen, die das Land regieren. Diese Kickstarter-Kampagne wird dazu genutzt, um einen Reprint von Rise of the Necromancers durchzuführen und neben dem Reprint wird es außerdem eine neue Erweiterung zum Spiel geben. Merchants Cove ist ein asymmetrisches Eurogame, in dem jeder Spieler die Kontrolle über einen Fantasy-Händler übernimmt, wie zum Beispiel den Alchemisten, den Kapitän, den Zeitreisenden oder den Schmied. Ein spannender Zeitressourcen-Mechanismus wird jeden Spieler herausfordern, die Kontrolle über Kunden und Markt auszugleichen, anstatt einen hocheffizienten, wahrenproduzierten Laden zu betreiben. Ja, das sind die Spiele, die voraussichtlich nächsten Monat zu Kickstarter kommen werden und das habe ich in den letzten Kickstarter-Vorschauen nie gemacht. Ich sage euch jetzt auch direkt, wozu ich eine Preview machen werde im nächsten Monat und im August wird das so sein, dass ich zu Queens eine Preview mache und darauf freue ich mich schon wirklich sehr, weil ich das Spiel auch jetzt schon länger beobachte und ich mir vorab sowieso immer die Regeln geben lasse, damit ich halt schon weiß, ob das Spiel mir gefallen könnte oder ob es überhaupt wert ist, vorgestellt zu werden. Und ja, so mache ich das halt auch. Jetzt habt ihr auch mal so einen kleinen Einblick, wie ich die Kickstarter schon vorher aussuche. Und ja, da bin ich wie gesagt mal sehr gespannt, wie euch das Spiel gefallen wird und schreibt mal gerne in die Kommentare, auf welches Spiel ihr euch im August freut. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!